Leute, was geht ab? Ihr Sido. Ihr seid bei Stupido Vision. Stupido Schneide. Leute, was geht ab? Ihr Stupido. Ihr seid bei Stupido Vision. Stupido Schneide. Ist Stupido Satire? Ja, das wäre der nächste auf meiner Liste, den ich gefragt hätte. Wie findest du den? Großartig. Genial. Ich finde auch Desiobombe. Warum findest du den super? Da steckt viel Arbeit drin. Erstmal das. Das ist auf jeden Fall respektabel. Man peilt, wie viel Arbeit das ist und es ist einfach super lustig gemacht. Ohne den Protagonisten da zu nahe treten zu wollen oder was auch immer. Das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam geschnitten. Also für die, die das jetzt nicht wissen, Stupido ist ein Typ, der aus seinem YouTube-Channel Interviewvideos und auch andere Videos nimmt und ihn so sehr zerschneidet und zerhackt, dass er komplett den Inhalt umdreht. Und dann sagen Leute ganz bescheuerte Sachen. Kennst du auch? Ich hab's auch mal gesehen. Findest du auch lustig? Schon lustig, ja. Ja. Wie sind wir associate das? Vielen Dank.